Wie haben wir die Abwehr noch stärker in der Woche? Wir haben am Montag einen Tag nach dem Spiel direkt angefangen, natürlich ein bisschen regenerativ gearbeitet, haben dann voll durchtrainiert und am Mittwoch noch mal viel gespielt. Aber wir haben auf jeden Fall alle Bock und es hat Spaß gemacht diese Woche und es war auch soweit ganz gut. Ich denke mal 34 Gegentore, wir sagen eigentlich schon fast alles, wir müssen die Abwehr noch stärker stellen. Und wenn wir das hinbekommen und den Siegeswille richtig auf die Platte bringen können, dann denke ich auch, dass El Florenz auf jeden Fall die zwei Punkte hier behalten können. El Florenz ist eine sehr gute Mannschaft, die waren letztes Jahr nicht umsonst auf dem vierten Platz in der zweiten Liga. Das ist nicht ohne, wenn man da steht. Also die müssen schon ordentlich was drauf haben, haben einen starken Rückraum, haben gute Außen. Also da müssen wir auf jeden Fall ein Spiel machen. Aber ich denke mal, das können wir hier zu Hause mit den Fans auf jeden Fall auch schaffen. Danke dir Philipp. Danke auch. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Bis Sonntag.